Mindset ist das geflügelte Wort in der Neuzeit. Überall wird über Mindset gesprochen, aber wie wichtig ist das eigentlich und was sind überhaupt die Grundvoraussetzungen und gibt es etwas, was über dem Mindset letztendlich steht? Und ich sage dir, ja, es steht etwas darüber, denn ein gutes Mindset entsteht aus ganz wichtigen Bausteinen und das Mindset ordnet sich genau diesen Bausteinen unter und dazu will ich dir direkt ein Beispiel nennen. Stell dir mal vor, du bist ein Mensch, der 0,0 kann, der einfach nichts weiß und der nichts kann. Was wird wohl dein Mindset sein? Dein Mindset wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht besonders cool sein. Wenn du dann vielleicht noch in deinem Leben ein paar schlechte Erfahrungen gesammelt hast, vielleicht noch ein nicht so cooles Umfeld, dann bin ich mir relativ sicher, dass die Person, die so aufwächst und so durchs Leben geht, jede Menge Zweifel haben wird. Sie wird nicht an sich selber glauben. Sie wird all das, was sie am Ende des Tages anpackt, vermasseln und sie wird irgendwie in irgendeiner Weise wahrscheinlich sogar relativ schnell dem Alkohol verfallen oder vielleicht sogar drogenabhängig werden. Also, das heißt, das Thema Mindset ist eine Sache, eine Folge, eine Folge von haufenweise Ursachen, die man setzt. Und wir wollen heute mal schauen, was ist denn der Unterschied zwischen einem Solo-Selbstständigen und einem Unternehmer und was unterscheidet die beiden denn am Ende des Tages wirklich und welchen Einfluss hat das Mindset dabei? Und das natürlich immer gebrandet auf das Thema Immobilienmakler. Und das Allerwichtigste doch ist, wir wollen im Leben erfolgreich sein. Wir wollen Erfolg haben. Erfolg ist doch das Ergebnis unserer Bemühungen. Erfolg ist das Ergebnis von guten Entscheidungen. Erfolg ist das, wenn unsere Dinge im Leben gelingen. Welche das auch immer sind. Und ich will auch gar nicht sagen, du hast nur Erfolg, wenn du das, dies oder jenes tust. Erfolg ist etwas ganz Individuelles, für jeden Einzelnen durchaus unterschiedlich. Und das ist auch völlig okay. Für den einen ist eine Million Jahresumsatz eine super coole Sache. Für den anderen sind es 5 Millionen oder vielleicht 100 Millionen. Aber wichtig ist, dass Erfolg auch etwas Dynamisches ist. Erfolg entwickelt sich. Das heißt, entwickelst du dich, entwickelt sich auch dein Erfolg. Und auch dein Hunger nach Erfolg. Und was auch wieder wichtig ist, ist, dass wir die Bereitschaft mitbringen, wir als Menschen die Bereitschaft mitbringen, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir Dinge kreieren. Weil wenn wir das nicht tun, wenn wir Dinge nicht kreieren, dann verfallen wir sehr schnell in einen Trott. Und diesen Trott könnte man auch wie eine Art Langeweile bezeichnen. Was aber bei diesem Trott, wenn wir nicht neue Dinge kreieren, ganz entscheidend ist, ist, dass wir eben auf der Stelle stehen bleiben. Und wenn wir auf der Stelle stehen bleiben, dann ist auch sehr schnell die Folge, dass wir eben, und die Menschen denken, das ist dann Zufriedenheit. Aber wir Menschen sind nicht auf der Welt, um auf dem, auf einer Stelle stehen zu bleiben, sondern wir sind auf der Welt, um Dinge zu kreieren. Selbst wenn wir viele, 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 viele Jahrtausende zurückgehen würden, auf die ersten Menschen, Neandertaler zurückgehen, die sind auch rausgezogen, auch in die Jagd. Das ist auch eine Form von Kreieren gewesen. Kreieren, um Nahrung zu besorgen, um zu überleben, um irgendwas zum Essen zu besorgen. Auch da muss man ja kreativ sein. Ja, wie machen wir das? Welche Werkzeuge, welche Waffen bauen wir uns? Und so weiter. Ein permanentes Kreieren, um zu überleben, um weiterzukommen. Und das wollen wir natürlich auch, natürlich heute auf einem anderen Level, auf einem anderen Niveau. Und das gucken wir uns mal an, was brauchen wir denn da eigentlich für? Und die Dinge, die ich gesammelt habe über die letzten Jahrzehnte, über über 30 Jahre mittlerweile als Unternehmer, das sind folgende Punkte. Und zwar eine Sache, die wirklich sehr, sehr kriegsentscheidend ist, ist das Thema Wissen. Ich brauche einfach Wissen. Ich muss regelmäßig Wissen aufnehmen und ich darf meinen Wissensdurst auch niemals verlieren. Weil wenn ich meinen Wissensdurst verliere, Neues zu lernen, dann ist das ein gravierender Unterschied zwischen jemandem, der wirklich erfolgreich ist und jemandem, der auf der Stelle stehen bleibt und nicht weiterkommt. Also wir brauchen Wissen. Was aber sehr, sehr wichtig auch zum Thema Wissen ist, ist, wir müssen natürlich auch Umsetzer sein, weil nur die Umsetzer sind diejenigen, die am Ende des Tages erfolgreich sind. Und Wissen, und zwar hier ergänze ich Wissen und Verstehen natürlich, weil Wissen ohne Verstehen ist natürlich Käse. Wir müssen Umsetzer sein. Wissen, Verstehen, Umsetzer. Dann eine ganz wichtige Sache und ich beobachte es und mir wird wirklich heiß und kalt dabei, ist das Thema, hey, ihr müsst einfach lernen, im Leben Entscheidungen zu treffen. Weil dieses Thema Entscheidungen nicht zu treffen, das hat starken Einfluss auf euer Thema. Und das ist vollkommen egal. Ihr könnt es abends sehr gut zu Hause trainieren. Wie lange brauchst du, um dich für einen Film, den du abends schaust, oder eine Serie, die du schaust, zu entscheiden. Deshalb sind ja Serien so beliebt. Auf Netflix, Prime, Disney, Paramount, was es da alles gibt, sind Serien deshalb so toll, weil wenn die jetzt mehrere Staffeln haben und man hat sich einmal für eine Serie entschieden, dann hat man wochenlang Ruhe. Dann brauchst du dich nicht mehr entscheiden, weil die catcht einen ja so die Serie und dann guckt man die immer weiter. Aber trotzdem, Spaß beiseite. Schau mal hin. Wie lange brauchst du, um dich zu entscheiden für einen Film? Und wenn du als Unternehmerin, als Unternehmer da draußen in der Lage bist, schnelle Entscheidungen zu treffen, ich will noch nicht mal sagen, du musst kein Easy Buyer sein, aber eine schnelle Entscheidung zu treffen. Und ich kann dir heute sagen, hey, wir haben uns heute drei Büros angeschaut und ich habe mich sofort und schnell innerhalb von drei Stunden für das Büro entschieden. Und das ist jetzt nicht einfach mal so eine Entscheidung, sondern wir reden hier auch für eine Verdreifachung unserer Bürogröße. Und das habe ich innerhalb von drei Stunden entschieden, weil ich im Vorfeld schon meine ganzen Entscheidungsparameter festgelegt habe, was mir wichtig ist. Daraufhin dann mit meinem Team, was schauen wir uns konkret an und was ist uns dabei wichtig? Dadurch ist mir die Entscheidung dann final viel, viel leichter gefallen. Und deshalb konnte ich die auch so schnell treffen. Für Personal, den nächsten Mitarbeiter, Wo gehst du hin? Welchen Kunden nimmst du an? Nimmst du den Auftrag an? Nimmst du ihn nicht an? Du musst permanent viel und schnelle Entscheidungen treffen. Sehr, 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 sehr entscheidend. Dann, ganz wichtig, auch auf dem Weg zum Erfolg ist einfach Kompetenz. Kompetenz ist alles wirklich kriegsentscheidend. Weil das bringt nichts, wenn du ein bisschen Wissen hast und das auch verstehst und vielleicht auch ein guter Umsetzer bist. Aber die Arbeit, die du machst, einfach nicht wirklich gut machst, wenn du sie nicht wirklich super 1A ausführst. Weil das hat was damit zu tun. Entscheide dich dafür, das auf dem höchsten Level zu machen. Also ein echter Experte mit hoher Kompetenz. Weil wenn du das machst, dann bist du weitaus besser am Start als alle anderen da draußen. Dann auch eine ganz, ganz wichtige Sache. die unheimlich wichtig ist, sind deine Fähigkeiten. Du musst dafür sorgen, dass du genau weißt, was sind deine Fähigkeiten und dass du deine Fähigkeiten permanent erweiterst. Weil deine Fähigkeiten, also heißt dein Können auf gut Deutsch, schreib das mal hier drunter, dein Können, das ist am Ende des Tages alles Kriegsentscheidend. Ich könnte das auch sogar hier in die Mitte stellen, denn das ist der zentrale Punkt. Deshalb würde ich den auch hier nochmal ganz fett in grün machen. Dieser Punkt ist solch wichtiger, ein solch wichtiger Punkt, dieser Fähigkeitenpunkt. Dein Können ist kriegsentscheidend. Denn dein Können entscheidet darüber, wie schnell entscheidest du, wie schnell setzt du um, wie kompetent wirst du wirklich sein, deine Fähigkeiten, Wertermittlung zu machen. Deine Fähigkeiten, und ich werde diesem Punkt noch mit hinzunehmen, der mir ja sehr, sehr wichtig ist an der Stelle, ist deine Kommunikation. Also das heißt, du musst in der Lage sein, ein sehr guter Kommunikator zu sein. Ich mache das mal hier ein kürzeres Ab. Kommunikation. Denn nur wer exzellent und gut kommunizieren kann, wird am Ende des Tages nach innen und nach außen blühen, wachsen und gedeihen. Denn nur ein guter Kommunikator innerhalb des Unternehmens und außerhalb des Unternehmens wird am Ende des Tages wirklich erfolgreich sein. Also du musst wirklich sehr, sehr stark, sehr, sehr gut in Kommunikation sein. Alles, alles entscheidend. Hier haben wir im Prinzip schon die wesentlichen und wichtigsten Eckfakten. Und wenn du dir das mal genau anschaust, deine Fähigkeiten, du bist kompetent, du kannst sehr, sehr gut kommunizieren. Wissen, Umsetzer und Entscheidungen. Einer fehlt noch, den ich noch dazunehme. Dann bist du vor allen Dingen, dann hast du automatisch ein krasses Mindset. Weil du würdest mir doch nicht ernsthaft verkaufen wollen oder erklären wollen, dass wenn du die Dinge hast, dass du dann ein Mindset hast, wie eine kleine Mickey Maus oder dann draußen rumläufst wie so klein und gebeutelt und geschlagen. Niemals. Du wirst automatisch richtig Gas geben. Ja, und zwar eine weitere Sache ist, die sehr entscheidend ist, sei aktiv. Ja, man könnte sagen, sei aktiv plus und erfolgreich. Ja, das heißt, aktiv, Erfolg und Aktivität ist immer das am Ende des Tages, was alle anderen strafen wird. Weil die einzige Antwort auf alles ist, dass du erfolgreich bist und dass du immer wirklich aktiv bist und Gas gibst. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Dieses Einschlafen, drei Wochen Urlaub. Natürlich sollst du Urlaub machen, natürlich sollst du Spaß haben, aber bleib aktiv und sei nicht eingeschläfert, sei nicht gehemmt. Thema Komfortzone, Langeweile. Wer nicht aktiv ist, der hat Langeweile. Und wer Langeweile hat, der kann auf Dauer keinen Erfolg haben. Jedenfalls nicht im Leben und nicht auf allen Ebenen. Das wird nicht funktionieren. Dann, last but not least, dein letzter Punkt ist, ja, du brauchst einfach Zeit. Sei ein guter Zeitmanager und das bedeutet automatisch, einer deiner wichtigsten Punkte, um erfolgreich zu sein im Leben, ist Personal. Das heißt, du brauchst Menschen, wo du dir Zeit kaufst, coole Leute, die Mitstreiter sind, die mitkämpfen und zwar an deiner Front, damit du nach vorne kommst und sie nach vorne kommt und ihr in der Gruppe nach vorne kommt. Also sei vor allen Dingen ein guter Zeitmanager und das kannst du alleine nicht schaffen. Deshalb brauchst du automatisch Mitarbeiter. So, das sind mal so ein paar Punkte. Ja, erhebt nicht den Anspruch an Vollständigkeit, aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, das sind die Punkte, wo ich festgestellt habe, die bringen jede, jede Menge und wenn mir noch ein paar Dinge einfallen, die fallen mir mit Sicherheit ein, dann mache ich einfach noch ein Video. In diesem Sinne wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg und such dir doch mal für jeden einzelnen Punkt etwas raus aus deinem Leben, aus deiner Praxis, für jeden Punkt mal ein Beispiel, wo du sagst, ja, da kann ich das sehen. Schau dir das nochmal genau an. Das ist so eine kleine Übung zum besseren Nachvollziehen dessen, was ich hier erklärt habe. Macht immer viel Sinn und wenn du als Immobilienmakler auch hier erfolgreicher werden willst und Unterstützung in diesen Bereichen haben möchtest, um einfach noch besser zu werden, noch mehr Spaß zu haben, und noch erfolgreicher zu werden, dann einfach hier Erstgespräch buchen und wir lernen uns schon bald persönlich kennen. Ich kann dir sagen, es lohnt sich in diesem Sinne. Mach's gut.